Moin und willkommen an einer weiteren Emission, an diesem Fall zum Thema Jurassic World zu Lützebüsch. Und wie ihr euch schon könnt denken, es geht in Fossilien. Wenn wir von Jurassic sprechen, das kennt ihr bestimmt aus dem Kino. Da sind Dinosaurier im Spiel. Und Dinosaurier wissen ja, die kennen wir schüßt unhand von Verstängerungen. Aber was tut das nur mit Lützebüsch zu tun? Hatten wir Dinosaurier zu Lützebüsch? Aber wir werden nur effektiv gesehen am Lauf von dieser Sendung, dass man zu Lützebüsch effektiv einen guten Teil aus der Zeit erhalten und die ihn Jura nennt. Also auf Englisch Jurassic. Ich weiß nicht, ob ihr schon ein paar Fossilien sammeln würdet. Da draußen verschiedener von euch bestimmt schon mal ein paar Fossilien fand. Oder waren schon ein paar gezielt Fossilien sichern. Auf jeden Fall, heute am Lauf von der Emission werde ich gesehen. Einerseits, wo kann ich die Fossilien finden? Was helfen die Fossilien? Wie kann ich sie interpretieren? Wie kann ich ihnen so gut eventuell umgehen? Für uns zu fangen, gucken wir mal an den Innergrund von diesem Land. Und ihr wisst ja, wenn ihr nachgerufen habt, am Boden, irgendetwas steht, ob es fehlt. Aber wenn ihr Fossilien finden wollt, also Verstängerungen von Lebewesen, da braucht ihr natürlich viel Sinn, wo sie daran verstärkt sind, wo sie daran erhalten sind. Aber wenn wir vom Jura sprechen, sprechen wir von einer bestimmten Zeit an der Erdgeschichte. Hier haben wir zu Lützebüch verschiedene Stängssochten. Das wisst ja bestimmt, wenn ihr am Eisleck Spazierer geht, da sind sie schief. Wenn ihr an der Stad Spazierer geht, da sind sie so gelzische Sten, die die Klippe und die teilweise die Kassematte machen, da ist der Lützebücher Sand. Ein ganz anderer Sten sieht man, wenn ihr an der Minetspazierer geht, da ist der Boden im Raut. Dafür ist das ja auch Terruge. Das ist ein ganz anderer Sten, wie am Eisleck oder wie an der Stad Lützebüch. Und die Sten, die enthalten natürlich, größtenteils Fossilien, aber immer andere, je nachdem sie während dem Gestein in sich befinden. Wenn wir jetzt noch mal gucken, wie das Lützebücher Land am Innergrund ausgesagt, muss man einen sogenannten geologischen Kord holen. Das ist ein Kord, der schön farb ist, und die Farben, die sind nicht zufällig auf dem Kord, die Farben, die weisen aus, wie ein Gesteinssucht am Innergrund ist. Der Tisch, wenn ihr nachgerufen, ob welche stehen, trifft ihn dann in dem Moment. Und ihr seht, dass der Eisleck, also den nördlichen Teil vom Land, den hört an einer Farb wie der Rest vom Land. Und das liegt darunter, dass am Eisleck einer Gesteinnserleuen wie am Rest vom Land. Aber wenn man vom Jura spricht, also das, was Jurassic World am Fond geholt durchstellt, dann spricht man von den dorten Gesteinnschichten, also die, die nur an den kräftigen Farben zu gesehen sind. All die andere Gesteinssorten am Land, die nur Männergutze gesehen sind, die sind Meial. Die sind entweder wie am Eisleck aus dem Devon, oder wie am Osten vom Land, Lanscht Musel, oder töschen dem Eisleck an einem Gutland aus der Trias. Wo geheimnischt die ganze Zeit in Heimat wird, wie Jura, Devon, Trias, äh, geheimnischt rundherum, das sind wieder die Beziehungen am Prinzip Teil der Erdgeschichte. Und wenn man vom Jura spricht, da könnte man auch genau ein Alter draufsetzen, da schwärzt man von 200 bis 150 Millionen Jura. So all als heisst Gutland. Der Eisleck, als Gutsdeckmei all, das ist über 400 Millionen Jura all. Woran leidet das? Ganz einfach, die Gesteinnser am Eisleck, die sind für 400 Millionen Jura aufgelagert gingen, die sind dann gedreckt gingen, angefahrt gingen, zur Birche abgeteimt gingen. Am Donau recht sind Gesteinnser am Gutland aufgelagert gingen. Wann die Loweld Fossilie sammeln gehen, muss man natürlich wissen, mit welchen Gesteinnser sind. An Schulograd gesucht, wir haben am Eisleck an bestimmten Zucht stehen, an das ist der Schiefer. Der Schieferer kann den Dornadassen, wie du nun schon seht, geschiefert werden. Da kann denen eben auch Dornadassen meistens groß sein. Den enthält eben die typischen Fossilien, die zu der Zeit gelieft haben, wenn die Gesteinnser aufgelagert gingen. Dinosaurier gingen dann derzeit nicht. Also wenn du Dinosaurier fangen, da geht nicht an den Eislecker Schiefer sammeln. Wie kann denn die Gesteinnserl auch nach einer sichern, außer dass ihr die Farbe der Gesteinnserl auch guckt, oder die Form der Gesteinnserl? Man kann ihn zum Beispiel sich eine Lübe holen, und da kann ich genau gucken, welche Komponenten die Gesteinnserl haben. Und das lohnt sich von allem, wenn ihr zum Beispiel den Minnet stehen guckt, den, wie ich für Dinosaurier gesagt habe, raudelt sich also, und den das eben da, wenn es traut, weil es Eisen enthält. Aber wenn ihr mit dem Lübe guckt, da geseit den die Klängekehren vom Eisen als Klängedrageen. Das ist ein Erkennungsmerkmal von den Gesteinnserl aus der Minnet zum Beispiel. Wenn ihr mit dem Lütze bei der Sand stehen guckt, der glänert einst du so bei sie, und wenn ihr mit dem Lübe guckt, der geseit den, dass der lauter Klänge Sandkehren sind. Ich glaube, wenn ihr eine andere Art weiß, wie ihr kein Sand nur weißen, und ihr braucht ein Stück Glas. Ihr könnt auch daheim ein altes Flaschwälen oder ein altes Glas, aber aufgepasst, wenn ihr das entstehen lässt, und ihr das Sand dran, könnt ihr das Glas nur weißen, weil ihr ein Schraubskrähen. Wir können das gleich testen. Ein Stück Glas wird lange Sand stehen, und das ist ein Schraubskräfer. Und ihr könnt da unten das Sand, also Quarz, an einem Steen mehr hoffen wie Glas. Wenn ihr hier ein Kallek stehen hält, wie ihr in einem der Minnet findet, und ihr reift den ein Stück Glas, dann könnt ihr kein Schraubskräfer. Das ist hier unten das Kallek wie Möller. Und so kann ihnen zum Beispiel der Sand vom Kalleksteen unterschieden. Es gibt noch eine andere Weise, wer in der Kalleksteen kann, identifizieren oder erkennen. Und zwar in dem Sinne, wenn man Saja ein bisschen Saja drauf möchte, und da guckt, ich sage den Lohainer, die meinen es gut schon, natürlich kein stark Saja, mit Brötter, also Essig Saja. Aber wenn man da ganz genau guckt, dann sieht man, dass da kleine Blösen entstehen. Der Text hat eine Reaktion. Und die Reaktion zwischen Saja und Steen, die könnte nicht mehr von den Kallek holen. Für was ist überhaupt dann noch wichtig, dass er weiß, wer in einem Gestein in sich befindet, weil ja, wie ich für Drücke so tun, nicht alles stehen, enthält dieselbe Fossilien. Und wenn er wild Fossilien fanden, die 400 Millionen Euro sind, dann muss er natürlich die Schiefer identifizieren. Wenn er wild Fossilien fanden, aus der Jura-Zeit, über die wir heute sprechen, dann muss er auch die Gestein aus dem Jura identifizieren können. Wie geht das da noch konkret, wenn er auf den Terrain geht, wenn er an einen Stehbruch geht, abhob er Fossilien zu sammeln? Er soll nicht noch mal an einem großen Stehbruch an der Minnet an der Kuckuma-Reisenker an, wie so ein Fossilier sich auf dem Terrain tatsächlich auflebt. Wir sind hier in einem großen Steinbruch, wo Kalkstein abgebaut wird für die Zementherstellung. Und das ist eben ein solcher Aufschluss. Das heißt, hier sind sehr viele Gesteinsschichten freigelegt und zugänglich. Und um Fossilien zu finden, muss man sich erstmal die Gesteine sehr genau anschauen, weil Fossilien haben oft eine andere Farbe und eine andere Textur als das umgebende Gestein. Und so kam es dazu, dass wir einen Knochen in der Wand entdeckt haben von einem Istiosaurier. In dem Moment der Entdeckung war noch nicht klar, ob es ein Istiosaurier war, aber es war schon ersichtlich, dass es sich um einen Knochen handelte. Und das war in einer Wand, wo vorher gesprengt wurde. Das heißt, vor der Wand lag ein großer Haufen von losen Steinen. Wir haben uns zuerst die Wand angeschaut und dann im Steinhaufen vor der Wand nach weiteren Knochen gesucht und auch Walsche gefunden. Man findet aber häufiger die Fossilien von Wirbellosen, das heißt von Muscheln, von Stachelhäutern, manchmal auch von Tintenfischen, den sogenannten Belemnitten. Und all diese Fossilien ergeben nachher ein Gesamtbild von dem Lebensraum, in dem diese Gesteine abgelagert wurden. Und die Aufgabe des Paläontologen besteht darin, die ganzen Daten, die man aus den Steinen und aus den Fossilien finden kann, zusammenzutragen und daraus das Gesamtbild des vergangenen Ökosystems zusammenzustellen. Vielleicht war da schon ein Kasell war, an einem Stehbruch oder an einem Platz, wo Steinen gesessen sind, aber vielleicht sind ja in dem Moment schon Fossilien abgefallen. Die Milchfossilien, die ein einfacher Säu kann zu Lötzebüch fanden, die kennen da wahrscheinlich, die sehen so aus. Das sind Deiwelskrallen, die fanden da für an allem am Herst, ob die Felder, wenn die geplaut gaufen und wenn du ein bisschen drüber geredet würdest. Und ich bin mir sicher, dass verschiedene von Herst die auch schon Fossilien vielleicht sogar an ihrem Regal leuen. Das sind typisch Fossil aus der Jura-Zeit, da das also quasi schon ein Steck, Jurassic World wird an dem Moment, an der Hand hält. Aber was sind das überhaupt für deren? Und du könnt eben Paläontologie anspielen. Da sprechen wir wirklich von der Wissenschaft, von den Stängen, von den Verstängerungen, von den Fossilien. Also quasi, wenn du da am Film Jurassic World guckst, du geredet verschiedene Personagen, du geredet Dinosaurier und du geredet immer irgendwo eine Wissenschaftlerin oder ein Wissenschaftler. Mich persönlich als Kant immer immens fasziniert. Ich wollte immer so sie wie die oder auch wie Indiana Jones, aber abgepasst den als Archäolog und nicht Paläontolog, die sich einer Sachen an meiner Grund mit den Personagen an dem Film, wo mich immer extra inspiriert. Und dass die Wissenschaftler die kennen sich aus mit den Verstängerungen. Ich bin untertan selber Wissenschaftler, ich bin Paläontolog am Naturmuseet, eine Menge Aufgabe für so Fossilien zu verstehen. Und wenn man sich so ein Deiwelskrall genau anguckt, dann erkennt man, dass es eine Schule ist. Heinz, du hättest ihn noch nach einer zweiten Schule über den Drop. Also bei denen in der Jahre hättet man zwei Schulen, dann sind sie am Prinzip bei einer Muschel. Das heißt, ein Deiwelskrall als eine Verstängert Muschel, die vier Millionen für Jahre geliefert wird. Hier haben wir ein anderes Beispiel von einer Muschel. Er ist im Letzbäuersand stehen. Wir wissen, dass sie immer ganz einfach eine Muschel erkennt. Ob sie das Verstängert ist oder ob sie um den Strand findet, wo sie nach vier kurzem geliefert wird. Mehr kompliziert, geht es aber, wenn ein Deiwelskrall wieder teilt zum Beispiel. Das ist auch ein Fossil, den den zu Letzbäuers relativ oft findet, vor allem am Sand stehen oder dort, wo er noch Deiwelskrall findet oder eben an der Minute. Wahrscheinlich von euch werden sagen, ja, das ist gedreht, das ist ein Schläger. Obgepasst, wenn ihr das Deiwels, das selbe Steiwelsch hält und nicht abmöscht, dann sagt ihr, du sind Einzelkummern. Und das ist bei keinem Schläger der Fall, weder freier nach Haut, da sind wir schon direkt bei einem ganz anderen Deiwelschall, der ist nämlich ein sogenanntes Ammonit. Ein Ammonit, das große Modo vom Nautilus von Haut, der kennt er, der lebt nach Römer und dem Meer, und das ist ein Töntefisch, den an einer abgerollten Schuhe lief. Läuft. 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 der Fossil aus Eister Möllers und oft geht es durch, dass er das Stehen effektiv einfach wäscht. Was man beim Museen oft auch benutzen, sind Spezialapparate. Ich kann das vielleicht vom Zahndoktor. Da hat es zum Beispiel ein Messel, der elektrisch funktioniert. Da hat es ein Motto dran, der vibriert und durch die Klangvibrationen gehen, wie wenn ein Zahn gebotzt wird beim Zahndoktor, gehen die Klangstecker Stehen vom Fossil wäscht. Darüber hinaus geht es nach Methoden, die für alle von den Restauratoren benutzt wird, für alle von einem Fassade gebotzt wird, nämlich Sandstrahlen. Da geht es mit ganz viel Druck, mit Luft, gehen die Klangkehren, und im heutigen Fall sind die Eisekehren, die gehen abgestehen, Geschoss mit der kleinen Pistole, und alle einzelnen kleinen Eisekehren haben ein bisschen zu stehen vom Fossil wäscht. Natürlich dauert das alles ganz lang, und dann reicht nur viele, viele Stunden, als so ein Fossil am Endeffekt dann komplett freigelöst wird. Ein anderes Fossil, was da wahrscheinlich schon oft gesehen wird, sind die sogenannten Donnerkeilen. Die finden habsächlich an der Minette. Und ich habe gesehen, dass verschiedene von denen die Leute, die auch schon freier waren, und sie konnten sich absolut nicht erklären, was das war. Sie haben sich nicht auf den Felder gefunden, sie haben sich nicht auf den Fossil, wenn sie ein Haus gebaut haben, mit denen stehen. Und wie gesagt, dass es keine Fossil, die ein Gott vertraut ähnlich ausgesehen hat, haben sie damals gemerkt, haben sie sich überlegt, wie können die Dinge da, die ausgesehen bisschen wie die Kugel von ihnen auf den Flanen, wie können die an das Stehen kommen, oder auf das Feld kommen. Also haben sie sich nicht aneinander erklärt, wie das dort der Gott persönlich war, den bei einem Donnerwärter geschossen, ob der geschossen wird, und die sind dann am Stehen hängengeblieben. Andere, die vielleicht wissen, dass sie vielleicht nicht aneinander schauen, dass sie die Fanger vom Deiwöl, genauso wie der heute ein Krall vom Deiwöl soll sein. Die Leute wussten sich nicht aneinander, dass sie die Sachen erklären, und da wollen sie in den Nehmen zu stehen kommen, wie ein Donnerkeil. Heute wissen wir, dass das Steck von einem ausgestorbenen Töntenfisch hat ungefähr so ausgesehen. Und das Steck hat er als Fossil gesehen, dass das den Hörnischen Deiwöl von einem Töntenfisch stehen, großem Motto ausgesehen hat wie ein Kalamach. Und so erst hat man den Deiwöl, die ausgestorben sind, da muss ich ganz genau gucken, für sie zu verstehen, auch für herauszufinden, wie Hünselo funktioniert, weil wenn ihr keinen Deiwöl hört wie ein Muschel, wo ihr genau wisst, wie sie Haut ausgesehen, da muss ein Fossilien ganz genau in der Sicht stehen. Und hier kommen wir bei einer Deiwöl, die ganz besonders, wovon wir auch viele Fossilien zu Lötzeburg können fanden, die auch am Jura gelieft haben, zu derselben Zeit wie Dinosaurier, und das sind die sogenannten Meeresreptilien. Aber für dich, wenn wir sie genau kennenzulernen, holen sie sich kurz mal an das Naturmüsee, vielleicht war das schon selber da, wenn nicht, geht da hin, es lohnt sich, aber dann gucken wir mal an, werdet mit den Meeresreptilien, ob sie schulden. Voilà, wir haben hier eine ganz andere Zeit, die auch zu den Studienobjekten gehören, an der Paläontologie, sind was wird schon mehr groß, wie die, die wir in der Vitrine gesehen haben, das sind die sogenannten Meeresreptilien. Aufgepasst, die sind an derselben Stück wie Dinosaurier, aber es sind keine Dinosaurier. Es sind Reptilien, die für lange Zeit an das Meer zurückgegangen sind, sie stammen vor Land, Reptilien auf, und sie haben sich eben, und Lirven am Wasser, hauptsächlich am Meer, und hier haben sie auch angepasst. Der Tisch sind am Platz 1, am Abend, und sie paddeln. Und im heute Fall ist es ein großer Föschsaurier, der besser schön ausgesehen wird, wie ein großer Fösch oder wie ein Delfin. Allerdings, bei der Gemeinde steht, dass das Schwanzfloss anstattorientiert war bei den Föschsauriern, weil es eben ein Verwandter von den Reptilien ist, auch nicht ein Verwandter von der Säugedäher wie Delfinen. Vola! Die Fossilien, die der Lohrmüse gesehen hat, sind natürlich ein bisschen zu groß, wie sie mal in das Studio zu bringen. Außer er tut ihnen ein Junkteier. Und hier haben wir, zumindest der Kapp, von so einem Junkteier festgelegt, den effektiv an der Minnet-Font gauf, und im heute Fall gauf ein Fond, weil der Autobahn auch ein Chris gebaut gauf, der das also schon ein paar Jahre hier war. Aber so kann er immer noch fangen, wenn irgendwo ein Baustell an der Minnet-Dazern den richtigen Steng, dann kann er mit ganz viel Chance so in der Jahr fangen. Und wie er gerade gesehen hat am kleinen Ausflug aus dem Naturmüse, das sind Meeres Reptilien. Das heißt, es sind Dörren, die Familie mit den Krokodillen, die Familie mit den Eidechsen, nicht Familie mit den Fisch und auch nicht Familie mit den Delfinen und den Walen. Und heute ist das gattet, die Dörren nämlich, die sind ausgestorben. Kurz, ihr Dinosaurier auch ausgestorben sind, also schon vier Millionen Jahre. Und da werden sie also schwer für sich zu verlegen, wie die Dörren gelieft tun. Ihr seht zum Beispiel hier, riesig A. Aber auch wenn die Dörren nicht gattet, kann ihn aber trotzdem, anhand von der Form, kann ihn rausfinden, wie die Dörren gelieft tun. Zum Beispiel ein großes A. Was möchte ich mit einem großen A? Das kennt er doch bestimmt. Rotkäppchen. In dem Moment, wie Rotkäppchen bei seinem Boma an den Haus gegangen ist, und der Wolf schon lang den Platz von der Boma angeholt hat und am Bettlauch an sich verklebt hat als Boma, hat er den Rotkäppchen gefragt, aber Boma, für was hast du so groß A an? Und erinnerst du dich, was hat der Wolf geantwortet? Genau, für das ich dich besser kann gucken. Und hier sieht er 10 von dem Dörren, und auch dazu gibt er eine kleine Referenz aus dem Rotkäppchen, weil die nächste Frage war, mir Boma, für was hast du so groß A an? Und dann wird, für das ich dich besser friessen kann. Das ist natürlich ein Märchen. Aber das tut aber auch ein Wohgericht für die Fossilien, weil in der, was groß A an hat, muss können gut gucken. In der, was lang A an hat, benutzt sie, für eine Dörren zu fangen. Das heißt, mehr Hunde haben einen Raub, der, was einer Dörren gefangen hat, an dem sie geguckt hat. Vielleicht fällt dir schon noch ein bisschen nicht das ab. Das A, das ist nicht mehr groß, für das ist mir gesagt. Mir ist das auch noch ganz tief am Schädel, und zwar, ob eng ist mit der Schnitz. Bei uns ist das zum Glück nicht so, sonst hätte man da an Hause sitzen. Ein A ist ein bisschen mehr hoch, aber wie war das bei den Dörren so? Aber für das zu verstehen, braucht man nicht lange Etüden zu machen, du kannst mal einfach ein kleines Experiment machen. Das ist nämlich so, dass die Dörren hier, die Fischsaurier, die haben einerseits Fisch gefangen, andererseits haben sie Tante Fisch gefangen. Aber nicht egal, wie. Sie haben sie an der Mitte gepackt, an den Zweig gedeelt, weil den händischen Teil, also quasi, das war den als Verstängerung erfangen, das war hart. Das wollten sie nicht frieren, denn das ist quasi, wie wenn ein Nuss wird, die erste rochen nicht ganz mehr, da holt die Schulter richtig hoch, und dann ist das da etwas Müller. Das ist genau so, und die Fischsaurier hat gemacht, mit einem Tante Fisch, das heißt, sie probiert, für den Hördendel etwas zu beissen, und den Müllendel zu frieren. Aber für das können sie machen, und sie müssten hier Schnitz ganz präzise benutzen, wie ein Pinsett, und da wenn es tut meistens da, ob das selbe Stöte hoch sind, wie die Spitze von der Schnuss. Für das nur zu vollzeigen, machen wir mal ein kleines Experiment. Holt ihr einen Kammel, und dann holt ihr euch, dass heute in der Kinder einen Grillzahn, wo der Mann bestimmt in der Küche, oder in der Papa in der Küche, und hier spielen wir einen Istiosaurier, so wie es wirklich gebaut ist, und wir spielen aber auch einen Istiosaurier, so wie es so gebaut wird wie wir, nämlich da noch ein bisschen an dem Mund mit Dave. hier ist ein Tantefisch, die Version, die wir auch gerne essen, wenn wir hier richtig Tantefisch hinhängen, das wäre ein bisschen gruselig, wir haben hier einen kleinen Kammel hier gehangen, aber wenn wir den Mund auf den Händen tun, wie wir einen Hund, nämlich einen anderen an, dann ist es relativ schwer für den Kammel zu fangen. das ist natürlich auch ein bisschen ungeschickt gestaltet, aber das werden wir gesehen, wenn wir ein Loch an Taut von einem Fischsaurier setzen, nämlich, gespitzt von der Schnuss, ob eine Hecht mit den Ahnen, da kann ich genau zielen, und zack, holt ihr den Tantefisch direkt. Das ist ja auch kein Zufall, dass am Western, zwar in den Filmen auch so geschossen wird, aber wenn ihr wirklich will treffen, dann muss ich ihn so schießen. Dann tut ihr es doch mal dazu hin, dass du, wo ihr hinguckt, da kann ich ihn am besten zielen. Und so kann ich verstehen, für was die Deren so geformt waren, wie sie geformt waren, nämlich mit einem grossen A, ob Engelin, mit der Schnuss. Wie haben die Deren dann so ausgesehen? Aber ganz einfach, wir haben heute erst die Möglichkeit, für solche Fossilien 3D zu scannen. Mit den selben Apparaten, wie zum Beispiel auch an der Spidola geschaffen wird, da wird dann ein 3D-Bild gemacht von dem Skelett, und da muss sich auf den richtigen Platz die Muskeln, die Haut, die Fettschicht rundherum setzen, und dann bekommt etwas raus, wie das dort. Das dort ist eine dreidimensionalere Konstruktion von so einem Fischsaurier. So wie man das heißt, aufgrund von wissenschaftlichen Donnern, vier Stellen, die Deren ausgesehen haben. Die Hunde scheinen natürlich ganz klein, die waren vielleicht einen Meter lang. Man muss sich nicht täuschen, ich konnte sie ganz groß nicht mitbringen, weil sie sind über 10 Meter lang. 10 Meter, für die Stadt 40 Stellen, das ist ungefähr so lang wie ein Bus, und zwar die Dörbelbusse. Nicht gerade, aber 10 bis 13 Meter lang waren die größten, und auch von denen, wo man zu Lötzsburg überrascht erfunden hat. Ganz kompliziert, geht es aber, wenn man schüßt einzelne Schanken hat. Das ist immer am Prinzip schon bald, wie an der Kriminalforschung, wo ein ein Mordfall muss abklären, macht schüßt ganz, ganz wenige Beweise. Wenn er schüßt ein einzelne Schanken hat, von einem Dauer, was möglicherweise auch noch ausgestorben ist, wie soll ihn das interpretieren? Ganz einfach, die Wissenschaftler gehen dann rund, gucken sich die Schanken genau an. Zum Beispiel, gucken sie, wo die Läscher sind an der Schanken, weil die in allergarten eine Funktion, sie gucken, welche Form Gelenke haben, und sie gucken, welche Proportionen der Schanken sind, also wie lang sind sie, wie breit sind sie, und wo gehören sie von allem hin an den Körper. Und im heutigen Fall kommen wir mit einem Oberarm zu denen, und zwar von einem ganz speziellen Dauer, von einem Plesiosaurier. Aber wie die ausgesehen kann ich euch nur weisen, dass hier ein sogenanntes Plesiosaurier, das ist eine Gruppe von ausgestorbenen Meeresreptilien, die auch bei uns geliefert sind, auch zu derselben Zeit wie die Fischsaurier, also für rund über 180 Millionen Jahre. Aber wir wissen, wie die Dauer ausgesehen, und weil wir eben Fossilien von denen gefunden haben. Weil es aber ganz schwer zu verstehen, wie die Dauer geschwommen sind, weil wir nun keine Dauer mehr haben, die, genauso wie die Plesiosaurier, Feierpaddeln haben, und sie alle Feier benutzen. Was den Dauer kann machen, und geht den anderen Schritt mehr weit, am gleichen Teil zu dem, was wir noch gemacht haben mit der Kamel, bauen den Roboter und lässt ihn den noch ein bisschen schwimmen. Und dann guckt er, wie er am besten schwimmt. Das gehört auch tatsächlich gemacht. Es gibt aber nicht mehr große Fossilien. Ich meine, wenn dir Spazierer gibt, da guckt er von oben, warte und boah dem Leid, und da fanden dann natürlich das, was ihm am Blasen angezeigt. Ganz viele Paläontologen kennen aber, ob die Fossilien sich und sagen, dass es ganz anders ist. Aber dann können wir ein bisschen in die Küche gehen, und dann holt er, das Heiter, das kennt er, ein Sifte oder ein Seilbecken. Ein Domater wird normalerweise gemäß gewascht oder die Nudeln gehen aufgeschaut. Aber, was den Domater auch kann machen, dass das auf sich nur Fossilien gehen, aber die nicht ganz, ganz, ganz klangen. Okay, ich finde so, das ist nicht unbedingt das, was wir am Naturmüsee benutzen, aber das können die aber selber benutzen, um die selben Fossilien zu siften. Wir am Naturmüsee benutzen Sifte, die so aussehen, die sind ein bisschen reing, die sind ein bisschen robust, die sind extra dafür gemacht, für Steine zu siften. Aber wir müssen das, ganz einfach, auf einen Platz, wo wir auch große Fossilien finden können, ein bisschen zur Bulli, wir müssen den an der Sifte an der Götter in einem fleißenden Wassergewäsch. Wann ist gelieft, man hat den Älteren gefallen, und man hat das nicht in der Küche, oder auch nicht im Wohnzimmer, weil da wird ganz, 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 ganz viel Bulli herauskommen, erstens, dass hier nicht alles dreckig ist, und zweitens bleibt die Bulli auch mit der Bisse Chance hängen an den Reihen. Der Tisch, wenn er das macht, macht er dann entweder da draußen, oder vielleicht steht er auch ein Lavabo an der Garage, wo sowieso dreckig Sachen gewascht gehen, macht er nicht an der Küche. Aber wenn er dann Bulli gewascht hat, da bleibt natürlich etwas übriger am Siften, nämlich alles dort wird mehr größer, wie die Läscher vom Siften. Aber wenn er da eine Kaffee hat, kann ich nicht wissen, da brauche ich natürlich eine Lübe dafür, so eine Lübe wie die heute geht normalerweise durch. Im Naturmüse benutzen wir ein bisschen stark Lüben, aber wenn er das da haben will, probieren geht es über einen Lübe. Aber was sagt er hier? Hier ist am Prinzip das, was übrig bleibt, wenn ein Bulli wercht von Fossilien können dran sind. Was erkennt er da? Boah, ein paar erkennt er, klar, als größten Referenz. Da sieht er auch, dass er sich relativ klein kehren, größt von einem Sand. Aber wenn er ganz genau guckt, erkennt er hier so kleine Stäpecher. Was kennt das Sinn? Das ist nicht durch Zufall, dass er hier ausgesehen wie Stäpecher. Aber wenn er die kleinen Stecker genau sich anguckt, von denen raus, das sind die Überrechter von denen dort. Die kennen das, oder? Wenn er mal auf der Plage fährt, dann ist er an das Wasser gegangen, wo er immer trüppelt, nicht auf die kleinen schwarzen Dinger. Wenn er auch trüppelt ist, dann wirst er die auf Stacheln. Und die Stacheln kann er verstärkt mit Pfannen, auch bei ihm zu Lützebüch. Was fällt dir dann hier nach oben? Das sind noch spezielle Formen, die ich kann erkennen. Oder? Schau mal genau. Richtig. Da sind kleine Stärken dran. Aber was machen Stärken an den Bullies, Überrechter aus Lützebüch? Ganz einfach, das sind keine Stärken vom Himmel, natürlich nicht. Das sieht nicht so aus. Da sind Überrechter auch von ausgestorbenen Lützebüch. Und das sind Meeresdäuren, die Familie zu sehen. Und zwar kann er auch von Hauter ziehen, die sogenannten Seililien. Sie sind aus wie eine Blume, aber sie sind aber däuren, und die Hunde in ihrem Körper stecken, die ausgesehen wie ein Sterne. Zu guter Lescht, Blume, ein Jahrmoßen, ein Ableck kriegt, wen die Fossilie kann fangen, wen sie kann präparieren, wen sie kann besser verstehen. Ich kann mindestens fünf, sechs Dinosaurier nennen. War das der bekannteste? Natürlich, den T-Rex. Volle num, Tyrannosaurus Rex. Ihr kennt da bestimmt nach sechs andere, an denen alle könnten so ganz komisch nehmen, die an einem komischen Spruch sind, so Tyrannosaurus, wen der erhecht da schon Tyrannosaurus. Wo kommen die nebenher? Die kommen von den Wissenschaftlern, die diese beschreiben. in der Möse haben wir einen speziellen Fossil, der eine Geschichte erzählt, die ihr bestimmt kennt. Aber wir gehen noch kurz an die Möse, um herauszufinden, was das für eine Geschichte ist. eine spezielle von den Meeresreptilien, eine sogenannte Pläsiosaurier, und zwar in diesem speziellen Fall der Melusina Pläsiosaurier. Pläsiosaurier sind denen, die sie schon lange ausgestorben, seit sechs, sechs Millionen Jahren und ungefähr, und sie waren speziell doof, weil sie vorher paddeln hatten, einen immens langen Hals, wo zum Schluss eine ganz kleine Kapptropse hat. Es gibt keinen Vergleich mit denen, und es ist schwer zu verstehen, wie sie liefen. Wir können es schlecht vergleichen, mit dem, was sie liefen, weil alles, was sie liefen, die große Wirbel, am Meer liefen, aber nicht die Förderung, die sind ganz anders, dass sie es wieder tun. Ich habe gerade gesagt, dass die Melusina Pläsiosaurier Für was Melusina? Ihr kennt Melusina wahrscheinlich alle gut, denn das die mythologische Figur aus der Legend, von der die Filme der Stadt Letzeburg zu denen gehört, Melusina war ja die Frau laut Legend vom Siegfried. Und Melusina hat ein Geheimnis. Es war nämlich nicht nur eine einfach Frau, es war eine Meerjungfrau, allerdings nicht nur zu bestimmten Zeiten. Für was, was wird das lohnt mit dem Pläsiosaurier zu denen? Ganz einfach, ihr wisst, dass alle die Homo sapiens haben, das ist so viel wie ein Mensch den denkt, oder ein Mensch den weiß, oder ein Mensch den sich bewusst ist. Und das ist natürlich auch ein wissenschaftliches Num, und zwar Mikrokledus Melusinae. Ihr seht, es besteht aus zwei Teilen, der Gattungsnum, Mikrokledus, genauso wie bei uns Homo, und dann der Art Num Melusinae. Wo kommen die Nimm überhaupt hier? Ganz einfach, Nimm von derern, gehen publiziert für Wissenschaftler, Experten, die die Däere ganz gut kennen, und die genau wissen, dass das Dolo und Däere schon bekannt ist, was zu einer Art gehäert, die sie schon beschrieben ist, oder wenn nicht, dass das eine Art, die eine neue Num braucht. Wenn das der Fall ist, können die Wissenschaftler, die die Art beschreiben, den Num festlegen. Und an diesem Fall guckt diese Däere, die Däere wird benannt, nur Melusinae. Für was? Man kann ja ganz einfach, Melusinae, also geheimnisvoll wir sind, wer weiß richtig, wer das ausgesehen hat, wer weiß richtig, wer das gelieft hat, wer weiß nicht, ob es überhaupt gelieft hat, ob es vielleicht noch einmal gelieft hat. Und so Däere wie die Plesiosaurier, die sind eine gewisse Analogie, wir wissen zwar, dass sie gelieft haben, aber wir wissen nicht genau, wie sie ausgesehen haben. Sie sind geheimnisvoll, sie riechen Fantasie um, und so war es nicht mehr logisch, dass sie ein Leinmösch zwischen einem geheimnisvollen Wissen als einer Legende und einem geheimnisvollen Wissen aus der Vergangenheit zu stehen. Bei anderen von den Arten läßt ganz viel Kreativität zu. Es gibt viele Sachen, die erlaubt sind, es gibt viele Sachen, die nicht erlaubt sind, und die, die kein Num holen, die beleidigen das, die, die kein Num holen, die kein Mensch kann ausschätzen, andere Nummern so sind, dass sie nur das Lateinischalphabet benutzen, also nur normale Buchstaben, kein C, kein Zuellen, kein Akzent. Darüber hinaus ist alles erlaubt. Das darf man in der Jahre benennen, nur seinem Partner, nur seinem Freund, nur seinem Kante, nur seinem Hund. Der darf in der Jahre benennen nur einer Stadt, nur einer Platz, nur einer Zeit, kann ihn in der Jahre auch benennen, nur einem Künstler, nur seiner Lieblingsband. Die Freiheiten sind praktisch unbegrenzt. Für was möchte ich in der Atme, ganz einfach, um sich als die Benenne von Deuren eigentlich besonders Spannendes. Wenn ihn einfach eine Spannende numm hält, oder ein numm, den ein Brick baut zu einem anderen Bereich, wie die Kunst, oder ein numm, den eine Person einfrieden möchte, weil sie veräubigt wird durch die numm, da kann ihn Wissenschaft weit über die Grenze von dem kleinen Kreis von Experten transportieren. Und hier sind ihr gefreut. Ihr wisst hier, einerseits, dass man zuletzt durch ganz viele verschiedene Deuren hat, die teilweise schon lange ausgestorben sind, die komisch ausgesehen haben, die riesige Arten hatten, ein langes Schneß, und die 200 auf einem Niveau, für das sie können besser zielen bei dir. Ihr wisst auch, dass alle guten Deuren in den Umhauen und hier, brauche ich eher Kreativität. Schickt mir ein Zeichnung von einem Saurier, entweder ein Meeresreptil oder ein Dinosaurier, das, was euch am besten gefällt, und so wie ihr euch das verstellt hat, so wie ihr euch das am flotsten könnt, rekonstruieren, wie ihr meint, dass es ausgesehen hat, und dann geht er dem Deuer ein numm. Und so, genau wie er am Film gesehen hat, aus dem Naturmuseum, hat er Kreativität gefreut. Wichtig ist, dass Deuer ein Gattungsnummer sein muss, also so wie Tyrannosaurus, und er muss ein Acht nummen, so wie Rex. Und ihr wisst auch los, drehschlein, darf kein Zuellen drausen, darf kein Axon drausen, darf kein spezielle Symbole drausen, einfach nur normale Buchstaben, aber darüber raus, dass alles erlaubt. Ihr könnt euch zum Beispiel nur ausdenken, wie Minetosaurus erschönt ist, oder Skriptosaurus Formidabilis, irgendetwas. Er fand er sich gefreut, und aufgepasst, je Pferin, den Appes rauscheckt, den kann teilholen, und einen Konkur für Appes zu gewannen. Und zwar fossil, richtig fossil, als Lötzeburg, kriegen die originalsten Urzeitsaurier, mit dem originalsten Num. Schägt mal, erzähl ich nur mit dem Num, ob mein E-Mailsadress, bis den 29. März. Ich werde mir alle gucken, und die, die mir am besten gefallen, werden einen kleinen Verstängert überraschungen hergeschickt kriegen, für das ich dadurch effektiv kann machen, vergiss nicht, ihr Num, ihr Alter, eine Adresse dabei zu setzen, und da freue ich mich, ob er Zeichnung einer Saurier nimmt. Ich hoffe, es wird euch gefallen, ich hoffe, ihr habt eine schöne Zeit, ihr habt neue Sachen kennengelernt, ihr habt losgekriegt, für Fossilien zu entdecken, aber vielleicht sieht ihr den Filmen von Jurassic World nur mit leicht anderen an, weil ihr ein bisschen die Wissenschaft hat den anderen entdeckt. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.